Ja, eigentlich wollte ich kein weiteres Video jetzt machen, aber die Polizei gibt neue Fakten heraus. War das doch keine überzeugende Maßnahme bei dem Mädchen, dass vom Direktor und der Polizei aus dem Unterricht geholt wurde und im Direktorzimmer eine Einschüchterungsmaßnahme über sich hat ergehen lassen musste? Hey Leute, auf der Internetplattform Instagram erklärte das Schweriner Bildungs- und Innenministerium unter Berufung auf die Polizei. Es war nicht das Schlumpfvideo ausschlaggebend für den Polizeieinsatz. Sondern die Täterin soll unter anderem Sprüche wie Nichts, jalla, jalla und in Deutschland wird Deutsch gesprochen gepostet haben. Vorher wurde jedenfalls gesagt, es ging um ein Schlumpfvideo. Darin hieß es, dass Schlümpfe und Deutschland etwas gemeinsam haben. Die Schlümpfe seien blau und Deutschland auch. Besonders lustig finde ich das jetzt eigentlich nicht, aber es besiegt sich wohl auf die blaue Farbe der AfD und soll sicher meiner Meinung nach auch ein bisschen Freude ausdrücken, dass die AfD mittlerweile sogar mehr Stimmen als die CDU in der letzten Umfrage hatte. Ein weiterer Polizeieinsatz hat es in der betroffenen Schule gegeben. Hier rollten vermummte Personen einen Schriftzug. Heimatliebe ist kein Verbrechen aus. Die Polizei stellte das Plakat sicher und ermittelt gegen Unbekannt wegen des Verdachtes des Hausfriedensbruchs. Dann gab es einen anonymen Anruf, dass jemand auf dem Gymnasium Amag laufen will. Hier stellte die Polizei aber nach kurzer Zeit die Ermittlungen wieder ein. Schon seit Bekanntwerden des Vorfalls hat er das Landesbildungsministerium erklärt, aufgrund zahlreicher E-Mails und Drohanrufe an der Schule ermittelt der polizeiliche Staatsschutz. Der Schulleiter des Gymnasiums erhielt am Dienstag Rückendeckung von der Gewerkschaftsseite. Die GEW-Landesvorsitzenden Annette Lindner und Nico Leschinski sprachen von einer Hetzkampagne gegen die Schule und den Schulleiter und verurteilten diese. Sie sei von rechts orchestriert und diene dazu, Lehrkräfte einzuschüchtern, die sich im Unterricht kritisch mit Rechtsextremen und menschenfeindlichen Tendenzen auseinandersetzen. Aber diente der Abbruch der Unterrichtsstunde der Schülerin nicht auch als Einschüchterung? Ich bin in der DDR aufgewachsen und habe genug davon erlebt und kann hier doch Vergleiche ziehen. Ein Kumpel von mir hatte im Studium damals in der DDR auch Probleme. Er stellte mit ein paar Kommilitonen eine Wandzeitung zu damals aktuellen Problemen. Und nach Veröffentlichung wurde die Tafel ganz schnell wieder entfernt. Und man sprach dann schon von einer Exmatrikulation. Also die wollten ihn damals dann rausschmeißen aus dem Studium. Was dann aber glücklicherweise doch nie durchgezogen wurde. Aber zurück zu der Schülerin in Riemelsdammkorn. Sie soll unter anderem auch Schriftzüge, die dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen sind. Sowie Runenzeichen und altdeutsche Schrift mit Lorbeerkranz. Na und? Ich fand und finde immer noch die altdeutsche Schrift besonders dekorativ. Das ist nur sagen wir kein Grund, eine Schülerin aus dem Unterricht zu holen. Von drei Polizisten und dem Direktor durch das ganze Schulgelände an mehreren Schülern. Unter anderem auch an einer Gruppe Zwölfklässler, die da rumlummerten. Bis in das Direktorzimmer zu führen. Zu meiner Zeit als Schüler hätte ich mich zutiefst eingeschüchtert und gegängelt gefühlt. So will man hier auch wahrscheinlich mit der Schülerin verfahren. Und das so nach und nach zum Standort werden zu lassen. Also ich bleibe bei meiner Meinung. Hier wird ganz groß mit alten Stasi-Methoden experimentiert. Und das macht mir Angst. Die jetzige Regierung duldet scheinbar keine andere Meinung. Und wenn die Leute, ich sag mal, wenn die Leute genügend eingeschüchtert sind, werden die auch fügsam. Klingt ein bisschen überspitzt, aber ist es teilweise auch. Aber ich bin hier aufgewachsen. Die eigene Meinung, vor allem Kritik an der aktuellen Regierung. Naja, zu DDR-Zeiten gab es halt bloß die eine. Durfte man erst aussprechen, nachdem man sein Gegenüber gründlich abgecheckt hat. Und sich sicher sein konnte, er hat die gleiche Meinung wie du. Wie heute auch sehr oft. Man konnte früher auch mit Rechten und Linken reden. Und denen auch sagen, was man denkt und warum man so denkt. Redet man heute mit Linken, wird man ziemlich schnell zum Nazi tituliert. Und derjenige will nicht mehr mit reden. Das ist auch in meinen Augen ein Angriff auf die Demokratie. Ach so, noch ein kleiner Nachtrag, weil ich ganz vergessen habe. Die hatte unter anderem Nazi-Klamotten an. Die hatte eine Jacke. Da stand HH drauf. Was das heißt, brauche ich ja theoretisch keinem erklären. Und ich habe jetzt mal geguckt. Amazon ist ein total rechter Versandhandel. Die verkaufen das. Jedenfalls sieht mir die Sache mit der Schülerin sehr nach geplanter Inszenierung aus. Wieso wird erst das Schlumpfvideo als Grund angegeben? Und erst nachdem aus vielen Richtungen Protest kommt, werden hier noch weitere, aber auch nicht weitere, bessere Gründe genannt. Oder ist inzwischen wirklich verboten? Seine Heimat, in der man aufgewachsen ist und lebt, zu lieben. Ist es verboten zu sagen, ich bin stolz Deutscher zu sein? Auch der Spruch, wir sind Deutschland, hier wird Deutsch gesprochen, ist meines Wissens nicht verboten. Gut, den würde ich vielleicht auch nicht so verwenden, da ich auch gerne im Ausland unterwegs bin. Und da freue ich mich schon, wenn man mit ein paar Brocken Englisch und Russisch weiterkommt. Da fällt mir eine kleine lustige Story ein, um die Sachen noch ein bisschen aufzulockern. Ich war vor vielen Jahren mal in Florida gewesen und hatte mir unter anderem dort ein Jetski ausgeliehen. Ich fuhr so teilweise ganz schön schnell durch die Bucht und plötzlich hörte ich eine Polizeisirene. Da stand ein großes Boot von der Wasserschutzpolizei und die winkten mich ran. Ich wurde dann belehrt, nach dem Motto, du bist hier in dieser Bucht, hier leben viele schützenswerte Tiere und so weiter. Du weißt, dass man hier nicht so schnell fahren darf, wenn du schneller fahren willst, fahr da vorne raus auf einem Meer und so in die Richtung haben die mir dort gesagt. Ich habe auch eigentlich alles verstanden, ich kann aber auf Englisch nicht sofort antworten oder sowas. Also, so gut spreche ich das natürlich auch nicht. Ich habe da jedenfalls alles verstanden, konnte aber nicht oder zumindest nicht gleich richtig antworten und habe immer wieder bloß, yeah, 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 gesagt. Nachdem er mir dann gesagt hat, ich soll aufs offene Meer fahren, wenn ich schneller fahren will, fragte er, are you German? Bist du Deutscher? Bist du Deutscher? Und ich wieder auch bloß, yeah, gesagt. Jedenfalls, ich denke mir, das rätselt heute noch, ob ich den verstanden habe. Das war es nämlich auch. Danach hat er dann gesagt, okay, ciao. So in die Richtung. Okay, ciao.